Wie gesagt, wenn jemand noch was hat, bitte in die Kommentare für eine leckere, einfache, äh, kalorienarme Soße. Guten Morgen, Kaffee-Love-Tügelich für meine Mama, ja. Kost muss ich auch noch runterdrücken, ja. Zack, erledigt. Hier haben wir auch schon soweit fertig. Das muss ich probiere schon für meine Mama auch schnell. Das hätten wir hier. Fertig. Da haben wir zum Strom ausgemacht, da geht doch mein Toast auch wieder hoch. Da ist er wieder. Okay. Erstmal wach werden. Und, ähm, koppelig und fertig. Dann mal gucken, was dazu geht. Aber ich glaube nicht so viel. Keine Ahnung. I don't know. Mal gucken, ne. Okay. Dann, ähm, ja. Bis dann. Dünnchen meine Lieben. Es geht's los mit dem Mittagessen. Echt ein bisschen eher als sonst. Halb 12 schon, äh, erst, äh, schon. Na ja, aber egal. Dauert ja auch noch ein bisschen. Ich muss ja auch nicht sofort essen. Arbeiten zur Räschung der Lust zum Termin, ne. Deshalb. Ich weiß manchmal so, ne. Es gibt, was ziemlich schnelles und einfaches, äh, grüne Nudeln und Champions. Why not? Äh, hab ich mir gestern nicht geholt im Real. Aber. Leider nur so ein mega großes Paket. Er hat nichts kleineres. Und ich glaube, die sind so komisch verpackt, irgendwie. Lass uns mal gucken. Geht schon gar nicht. Hä? What's that? Was so? Ey, das ist auch geil, ne. Hier ist ja sowas zum Einreißen, ne. Seht ihr das da, ne. Aber. Es ist. Moment. Zeig ich euch. Können wir euch das zeigen? Hier. Moment. Guck mal. Hier ist doppelt, ne. Und. Das untere. Ist gar nicht. Mitge... Dings... gepricket. Würde ich schon sagen. Ausgestanzt da. Oder wie auch immer. Ein bisschen fricky. Ja. Das wusste ich. Leider sind die so gepackt. Das ist ein bisschen doof. Aber naja. Dann haben wir hier ein paar Champignons. Very, very good. Die werde ich zusammen mit einer Charlotte anbraten. Und als Soße, da ja kein Mensch hier Kommentare schreibt, wegen einer Soße. Ich hab das schon ganz oft gesagt. Falls ihr das jetzt hört und eine leckere Soße bekommt. Mit wenig Kalorien natürlich. Schreibt mir das Rezept bitte in die Kommentare. Weil ich kriege keine Soße hin. Ich bin da echt nicht so talentiert. Und deshalb muss ich die nehmen. Eine Fertigsauce. Geht nicht anders. Dass ich hinkriegt, ne. Ich hätte ja auch ohne Soße essen können. Also so ist das nicht. Aber. Würde ein bisschen Scheiße aussehen. Okay. Dann brauchen wir einfach eine Schüssel. So was ziehen. Messer natürlich auch noch. Messer. So war die Champignons. Obwohl, ich fang mit der Charlotte an. Ja. Champignons sind zwar schon fertig, aber ich starte mit der Charlotte. Einfach schneiden. Ach ja, Wasser kocht schon. Vielleicht sollte ich mal Deckel drauf machen, ne. Dann wird es auch ein bisschen schneller gehen. Ne, 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 ne. Was man alles so denken muss, ne. Das ist schon mal fertig. Champignons habe ich auch schon ready gemacht. Abgewaschen and so on. In der Augen dreht immer noch wieder Zwiebel. Wow. Okay. Champignons, ne. Ein bisschen schringeln hier ab. Und ich überlege, ob ich die... Wie ich die mache. Ob ich jetzt nur so mach. Oder ob ich die in den Streifen schneide. Ich weiß noch nicht. Hm, 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 hm. Irgendwie ist das auch schön, ne. Die schrumpfen auch noch mega beim Braten. Ehrlich. Ähm. Ja, jetzt kocht euch mal Wasser, da kann ich ja nur gleich überlegen. Weil ich glaube, ich wiege mal die Nudeln ab. Wäre mal eine Maßnahme. Dass ich nicht wieder viel zu viel mache. Letztes Mal mit diesem Gericht, das sind ja immer 100 Gramm Nudeln. Ich guck einfach mal, wie viele 100 Gramm sind. Das hier sind 500 insgesamt. Gucken wir mal. Wieso wirken die nicht an? Ach so. Wollt ihr sehen? Ich muss lesen. Bitte Batterie wechseln. Ja, da kommt doch voll aus. Das steht doch schon seit Wochen, aber man ignoriert das ja so lange, bis das wirklich leer ist. Ja gut, hat sich mit Abwiegen erledigt. Mach mal so auf den Teller auf den Augenmaß. Weil da ist so früh, da hab ich noch gar nicht so einen Hunger. Sind die auch noch so schön auf? Ich hab keine Ahnung. Quillen die noch? Ne, ne? Na, wird. Ich glaub ich noch so. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. So. Okay. Dann den mal wieder weg. Ach ne Pfanne können wir schon mal anmachen. So da ist. So. So. Bisschen Öl rein. So. 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 Jetzt hab ich mich immer noch nicht entschieden. Ach, ich weiß es nicht. Ich kann das so machen. So ist es doch auch schön. So. 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 Ich glaub ich lass sie so. Ich mach das einfach so. Einfach in vier süße Stück schreiben. So. Ach. Vorne wollte ich das auch machen. Wollte ich aber hab ich nicht. Weil man immer alles will aber dann doch nicht macht. Ja ja. So. Fertig. Ähm. Wir warten aber auf das die Pfanne warm wird. Ne? Ich brauch noch einen Topf für die Sosebauer. Ey. Drei Topf ist schon wieder viel zu viel. Ehrlich. Das ist schon wieder viel zu viel. Unwetter am Start hier. Deshalb musste ich jetzt mal ganz trocken nicht anmachen. Obwohl es gar nicht mehr war. Okay. Egal. Noch bin ich jetzt zu Hause und ich hoffe dass es bis gleich aufhört. Okay. Kommen die. Jumping Punks jetzt rein. Die waren jetzt schon viel zu heiß. Und dann hab ich die schon mal ein bisschen runter bestellt. Jetzt ist es statt richtig Leute. Das ging ja noch. Das ging ja noch. Das hab ich ja rechtzeitig runtergestellt. So jetzt lassen wir noch ein bisschen anbranden und dann kommt die. Wieso rede ich immer mehr Zeit? Die Schalott. Wieso? Das ist die Schalott. Eine. Eine. Oder ein bisschen weniger. Weil ich mag nicht so viel. So viel mag ich nicht. Okay. Ja. Zum Warten. Und das ging schneller als ich dachte. Eigentlich hätte ich laufen lassen können. Und dann kommt das rein. So. Und dann versuchen wir uns mal eine Soße. Wenn ich da das nochmal mache. Aufgeschnitten muss ich es rein damit. I think. I think. I think. I think that. Ich will auch vorher so regnen. Ich will auch vorher so regnen. Ne. So nicht. Aber du bist ja. Ich will glaube ich nicht so regnen. Aber reißt ja auch dann. Oder? Jetzt wenn das schwimmert. Ähm. Obwohl war auch schon nicht mehr so schönes Wetter. Ne. Was ist denn anmachen? Oh. Oh. Ich könnte mal ein bisschen verdünnt werden. Na. Sieht ein bisschen ähnlich aus. Ist ja doch nicht. Ja. Ich will mal ein bisschen Water. So. Okay. 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 Das lass ich mir jetzt schmecken. Geht's hier wohl so heute Abend weiter. So sieht das auch schon aus. Das. Perspektive. Okay. Ciao. Ciao.